so halli hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück auch an die rundfunkanstalten in deutschland ist er in der schweiz wir sind zusammen mit dem pferd unterwegs bisschen spazieren gehen das gute internet ausnutzen ich kann euch mal zeigen wo wir sind hallo elli sehr sauberes pferd weiter geht's auf gestern lief sie super heute will sie nicht so richtig aber geht schon da fahren sie gerade misst das irritiert sie ein bisschen kein leider falls ihr was im chat schreibt kann ich gerade nicht lesen weil ich halt mit dem handy stream grad aber ich hoffe euch trotzdem auskommt ja heute ausnahmsweise mal keine gärte dabei und schon läuft es nicht so also ich hau die nicht mit der gärte keine sorge nicht dass sie jetzt mit dem tierschutz kommt ich tippe sie nur an wenn sie mal nicht richtig laufen will ich bin schon wieder auf dem kopf ich jetzt richtig rum also merken handy so umhalten der lauf halt im gras aber gelaufen wird das ist mein pferd gute elli jetzt läuft sie schön brav hatte nur keinen bock auf dem asphalt zu laufen obwohl es hier eigentlich schön glatt ist ja sorry für den wind aber da kann ich nichts für ja und wie ist es eigentlich kann ich den chat doch lesen dann ist ja gut das wusste ich nicht alles ist bei dir alles klar ich hoffe er hört mich noch gut trotz wind gestern schon ein kleines stream gemacht ja 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 komplett auf dem kopf deshalb bei youtube drin okay super dann ist ja vielleicht hat es hier zwei mikrofone und ich stecke das nur nicht jetzt kommt ein graben aus da müsste müsste doch auf dem weg laufen jetzt genau ja das ist ein grund anzuhalten und zu gucken jetzt guck in die ferne schön wirst ein filmstar elli jetzt komm weiter geht's berg hoch komm auf geht's jawohl und bei dir ab montag schulen zu fast jedem bundesland jetzt musst weiter ok jetzt nochmal drehen hier raus sagt tschüss super wetter hier ist echt toll richtig sonne danke und wir lesen uns auf jeden fall steady camp und danke für den hinweis mit der kamera ich muss mir mal so ein selfie stick noch irgendwie besorgen so ja so schnaufen ja 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 guck nur da ist ein auto ja ja und ein wau wau ja alles gut ja ja jetzt drehen wir wieder rum schätze ja 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 wir versuchen heute so kurz aufpassen dass wir das auto zuerst vorbei damit hier das kennzeichnis nicht drauf ist das wäre ja nicht so praktisch grad auto ist weg dann können wir weiter ja jetzt wieder nach Hause Da ist mir langsam der Arm schwer. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Gut. Jetzt geht es auf dem Heimweg, da geht es ein bisschen schneller in der Regel. Na, Schatz? Es ist echt zauberhaftes Wetter. Es ist so schön sonnig und fast schon warm. Also die Jacke ist fast schon zu viel, was ich an habe. Es ist wie vor, wann war das vorgestern, da war es auch so warm. Da hat es 14 Grad gehabt. Ja. Ich kann es euch nochmal zeigen. Äh, so nicht. Hier, Sonne. Toll. Pferd, auch toll. Ja. Findest du das auch, Mausti? Ja. Ja, Elli total entspannt. Bist du im Fernsehen, Mausti? Ja. Ja. Zeitung? Nicht? Alles so gut. So. Ja. Das ist wieder so. Hehehe, eben nicht abdringen. Ich merke das. Ja, ja. Ah, das ist echt ein Segen, dass wir hier so gutes Internet haben. Da hat man bis jetzt einen Keimstall so richtig. Und ich wollte IRL-Streams mit dem Pferd machen. Einfach so Spaziergänge und später auch Ausritte. Und das ist echt toll, dass es jetzt hier geht. Jetzt seht ihr mal was von meinem Pferd. Von einem meiner beiden Lebensmittelpunten. Jetzt müsst ihr den gucken. Genau. So. Jetzt verabschiede ich mich aber erst mal wieder. Nachher vielleicht aus dem Stall noch ein paar Bilder. Und ich sage schon mal Tschüss. Ciao mit V. Auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Elli, sag Tschüss. Tschüss. Und danke euch fürs Zuschauen bis hierher. Und melde mich nachher wieder. Das Video vom Stream geht dann wieder bei YouTube Online. Einfach hier runterscrollen. Dann kommt ihr über das YouTube Panel. Du Röhre steht drauf direkt zu meinem Kanal. Und das könnt ihr euch das dann nochmal angucken, falls ihr was verpasst habt. Über jeden Kommentar freue ich mich. Kommentare, die an mein Pferd gehen, leite ich weiter. Und sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Oder bis nachher. Je nachdem.